Hallöchen, ich war in der Sabat-Klinik im Saarland und es war super toll hier. Super klasse Personal, immer für uns da, war für jede Sorge, ansprechbar. Und ich kann nur sagen, die Kummer Nummer 10, es ist wirklich die Lösungsnummer, nicht die Kummernummer. Ich wünsche euch allen, die hierher kommen, einen wunderschönen Aufenthalt. Genießt es und genießt die Umgebung. Tschüss!